Evon, der Druck steigt, mein Lieber. Es wird Zeit. Ja, an sich kein schlechter Schuss. Leider nicht aufs Ziel. Hallo zu einer neuen Folge Kickbox. Wir sind heute beim letztjährigen Pokalsieger und beim diesjährigen Europa-League-Teilnehmer. Nämlich bei der Eintracht bei Eintracht Frankfurt. Und bei mir ist Noel Knoter, ein Nachwuchstalent von der Eintracht. Und wir sehen mal, was der junge Kerl heute so drauf hat. Das ist noch einer dazugekommen. Dieser junge Herr hier. Sein Name ist ziemlich schwierig auszusprechen, deshalb lasse ich ihn das mal selber machen. Evon Ndika? Ndika. So. Willkommen zur ersten Challenge. Hier geht es um den Torabschluss. Als Innenverteidiger muss man jetzt mittlerweile auch ziemlich abschlussstark sein. Und wir versuchen heute auf die Blechteile im Tor zu schießen. Wer zuerst drei hat, gewinnt die Challenge. Ich würde sagen, wir legen los. Noel fängt an. Ich habe auf jeden Fall was gehört. So, Yvonne. Du musst es richten. Ja, way better. Ja. Du warst best in der ersten Runde. So, Noel dein zweiter. Bei. Erster Punkt für Noel. Du hast mit ein bisschen mehr Power gemacht, ne? Schlecht, ey. Nee, nee, nee. Bälle sind doch platt. Close. An sich kein schlechter Schuss. Leider nicht aufs Ziel. Das ist nicht so gut. Yvonne, versuch den so anzudrehen, ne? Versuch den so ein bisschen. Ja, kann ich auch mal probieren. Ja? Okay, probier mal. Das sind eher so meine Schüsse, die zu niedrig. Okay. Läuft nicht gut. Not good. Oh. Die sind immer zu niedrig, ja? Okay, das war die Ecke. Schade. Okay, das war halt so, ne? Das war halt so. So, ich probier noch mal links jetzt. Aber links klappt besser bei dir, glaub ich. Meinst du? Flugkurve ist besser, ne? Okay, Yvonne. Du hast kein Glück. Du hast kein Glück. Nein, du machst das noch. So, Noel darf jetzt nur nicht treffen. What? Oh, ganz knapp. So, bei dir wär der halt gegangen, so. Aber das sind gute Schüsse. Die wären sonst immer drin. Bin ich wieder oder du? Nee, du bist wieder. Das ist ja jetzt quasi Matchball, immer noch, ne? Genau so. 2-2. Yvonne, der Druck steigt, mein Lieber. Es wird Zeit. Es ist Zeit. So, ich hab die Scheibe kaputt geschossen. Das Spiel ist, glaub ich, jetzt gleich hier vorbei. Ich darf noch nachziehen, Noel. Du hast ja angefangen. Natürlich jetzt schwierig, den Linken zu treffen. Ist auch gar kein Druck da. Nee, null. Ah, schade, schade. Noel hat leider gewonnen. Glückwunsch. Das war gut. Wenn ihr mehr von den beiden sehen wollt, dann wartet auf Donnerstag. Da kommt die zweite Challenge mit den beiden. Ah, er schießt da mit einem schwachen Fuß. Ach, stimmt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ein Like, macht ein Abo. Auch auf Instagram unter die Kickbox. Und dann sehen wir uns hoffentlich Donnerstag wieder. Tschüss aus Frankfurt.